Guten Abend, meine Damen und Herren. Mein Name ist Angelika und seit einiger Zeit bin ich gezwungen, diesen fiesen Job auszuüben, damit ich meine Wohnung behalten kann. Ich weiß, ich bin bestimmt nicht die erste heute Abend, aber ich würde mich freuen, wenn mir der ein oder andere seine Fahrkarte zeigen würde. Ich weiß, ich bin bestimmt nicht die erste, die ich bin. Ich bin bestimmt nicht die erste, die ich bin. Untertitelung des ZDF für funk, 2017